Hallo meine Butzer, was geht? Ich bin's hier, euer Mal hier heute. Ich fahre heute einen Auftrag weg. Leute, ich weiß nicht, warum es geht. Es geht von Magdeburg nach Hamburg. Das Ding ist eine ziemlich starke Last auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich starke Last. Noch eine Ampel. Leute, wir erfahren heute mal mit Blinklicht. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Also, die Vornamen damit. Ich weiß nicht, ob wir es nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob wir es 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 brauchen. Die Feuerwehr sind kein Nacken. Ähm. Ich geh öfters müssen vom Glas runter. Lass ihn auf das Loch raus. Tada. Oh Gott, Herr Schatz, die Balsen. Leute, das ist ein LKW und der... LKW, wie heißt der? A380. Leute. Also, falls ihr davon schon was gehabt habt. Das ist ein Flugzeug. Das ist in Frankfurt sehr gut auch bekannt. Auch das geht... Das ist rechts. Und Leute, wir halten auch in der nächsten Bassstätte. Und wir wollen was essen. Aber ich habe noch gar nichts gegessen. Und ich habe übetrieben hier. Na zwei. Leute, es hört sich auch so an meiner Stimme an, dass ich schon einen Echten hab. Also, wenn es mit mir um Essen geht, dann kann ich auch noch fließen. Rechts rum, rechts rum. Einmal wenden. Ich kann so weiterfahren. Ja, aber das dauert länger. Dreh einmal um. Nein, 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 nicht so. Einfach hier rechts rauf fahren. Das brauchst du nicht. Ich fahr so. Ich fahr so. Ich fahr so. Pass auf, du kippst. Du kippst. Aua, das würde nichts. Ich fahr so. Boah, Leute. Boah, Leute. Der Ecki will halt nicht in eine Rückfahrkamera. Das wird trotzdem eine Rückfahrung. Ich hab schon gesagt, ich bin Pro. Fahrt hier nicht raus. Keine Ahnung, ob ich es noch haben. Leute, ich bin jetzt krass, was zu essen. Ich bin gleich wieder bei mir. So Leute, wir haben jetzt ein bisschen zurückgenommen. Oh Leute, wo doch Zielpunks sind. Das hat der Vorgänger mit der EcoWage gemacht. Oh. Oh Leute, ich muss jetzt schnell weiter. Leute, ich muss doch schnell weiter jetzt. Weiter können Spurhalter assistieren. Offenschutz eigentlich. Zentrale. Zentrale. Na, mir ist so langweilig hier. Wenn ich mich mal fragen, kann ich mit irgendwas echt wie Funk spielen? So. Dann lass uns da links ein Unfall. Warte. Kurz mal an alle. Ein schwerer Verkehrsunfall. Wenn ihr da links seid, bitte aufpassen und bitte seid euch. Bitte seid euch bewusst. Ja, ja, bitte mal bewusst. Falls ihr am Gaffen seid und das könnte es sein, dass ihr eine Strafe bekommt. Und dass ihr in der Fremde auch noch rauszahlen dürft. Ich wünsche euch noch eine schöne Fahrtangelegenheit. Ich warte auch halt nach Anschluss-Wochenabend. Tschüss. Ich hab' die Klinge kurz mal informiert, Leute. Ich hab' die Zeit noch, oder? Oh, meine Arsch. Ich hab' die erste Befeld. Ach, großartig. Ich hab' dich machen das Ding. Ich hab' die Arsch. Ach, Achtung. Hier spricht die Polizei. Bitte fahren Sie rechts ran. Ja, was ist los? Oder? 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 Der? Oder das? Oder? Oder? Da ist doch lustig! Ja was ist los! Schatz in Bund! Schlaß weg! Gut. Gut! Glaub ich Ihnen verdammte euch heute noch zu schauen! Ist das nur! Untertitelung des ZDF, 2020